so hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge tibia wir sind mittlerweile bei folge nummero 77 ich vertone das jetzt mal hier wieder nach das finde ich eigentlich eine gute möglichkeit das schnellerer geschwindigkeit hier durchlaufen zu lassen wir sind dieses jahr sei schon heute oder ab heute in der double xp week das heißt es gibt doppelt so viel erfahrung wie sonst das heißt wir gehen natürlich handen und töten hier ancient scalps mal wieder ja wir machen im laufe der nächsten videos die auch sehen werdet hoffentlich auch einige ziemlich coole sachen also schaltet auf jeden fall ein aber hier seht ihr mich wieder ancient scalps handen das ist ja schöne xp und ist halt relativ ja nicht so anstrengend heißen und nicht so gefährlich ich bin hier aber auf dem zweiten auf dem unteren floor weil oben belegt war hier ist es relativ gefährlich da sieht man auch erlauben drei ancient scalps hinter mir her ich war zwischendurch gelb und musste wieder hoch gehen und ja guck hier dass ich alles hinkrieg und ja im laufe des videos gibt es jetzt keine besonderen vorkommnisse mehr ich töte einfach alles also lasse ich euch mal wieder mit der musik allein ihr könnt immer sagen wie das findet wenn ich euch mit der musik allein lasse und ihr das nur so im zeitraffer seht oder wie ihr allgemein diese zeitraffer und nachbearbeitungsaufnahmen findet ja aber erstmal viel spaß hier ist noch kurz zu erwähnen dass ich hier mein erstes level sofort machen werde und zwar bin ich jetzt level 96 aber dieses wochenende oder diese fünf tage wo es die double xp wie gibt es soll noch sehr viele level voll hier ist Amen. 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 We are controlling transmission. Amen. We have control of the transmission. Amen. 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 We've got a hot gun for you. Amen. Amen. Yeah, very much for your attention. We have been doing almost everything completely. We will see you in the next episode in the next episode. In the next episode, we will tell power levels. Let's practice practice Timo. Untertitelung des ZDF, 2020